Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66 oder auch Stunde der Wahrheit. Heute am Sabbat, 26. Mai 2018, draußen hochsommerliches, fantastisches Wetter. Heute Morgen bin ich schon um sechs aufgestanden, also nach vier Stunden Schlaf echt aus dem Bett gefallen. Konnt einfach nicht mehr weiter. Und mit der Extrazeit dachte ich mir, mache ich nochmal eine Lesung, habe mir den Michael ans Telefon geholt hier über Skype und gedacht, wir machen nochmal eine Extra-Lesung, jetzt Nummer 32 aus dem fantastischen Buch von Karl Theodor Griesinger über die verborgene Wirkung der Jesuiten seit der Gründung des Ordens bis heute, wo wir jetzt in dem dritten und letzten Buch dieses ersten Bandes angekommen sind und da gleich drin lesen werden. Nur bevor es soweit ist und ich Michael auch gleich nochmal vorstellen möchte, wollte ich nur mal eben mitteilen, dass ich aufgrund eines Kommentars von jemandem, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau war, der mir das da vorgeschlagen hat, meinte, dass es noch ein anderes Buch von Griesinger gibt über die Mysterien des Vatikan. Ja, das soll anscheinend auf archive.org als PDF stehen, da habe ich es aber nicht gefunden und er konnte mir den Link auch nicht besorgen. Also habe ich mir das jetzt frecherweise einfach über Amazon bestellt und Amazon wird mir das im Laufe der nächsten 14 Tage liefern und dann kann es sein, dass ihr euch darauf freuen könnt, dass nach dem ersten Band, den wir hier jetzt lesen, der zweite Band ja sowieso noch kommt, aber dass es dann vielleicht noch ein drittes Buch gibt über die Mysterien des Vatikan von Karl Theodor Griesinger. Das ich dann allerdings in meinen Händen halte und von daher wohl nicht mit der Kamera aufnehmen werde, sondern ein normales Audio-Video mache, wie auch bei anderen Buchlesungen. Soweit mal eben dazu zu den Neuigkeiten, weil von dem Griesinger werde ich inzwischen wirklich ein Fan. Was der uns alles mitteilt über die Geschichte der Jesuiten, ist sowas von unglaublich, sowas von spannend und sowas von einleuchtend im Zusammenhang der Geschichte im Allgemeinen, dass ich eigentlich jeden Tag dieses Buch gerne lesen würde, aber dazu fehlt mir ein wenig die Zeit. Und mein Bruder Michael, der mich über Skype begleitet, heute auch. Michael, wie geht's dir? Alles gut? Und herzlich willkommen zur Sendung. Ja, hallo Jörg, hallo liebe Abonnenten von Jockler 66. Ich sitze jetzt hier gerade im kühlen Keller, habe so perfekte Situation, dass ich nicht braun werde und freue mich auf diese Lesung und sitze hier ganz keusch und fröhlich vor dem Bildschirm. Und wir haben ja heute ein ganz, ganz prickelndes Thema. Ja, ein ganz, ganz prickelndes Thema. Das hast du gut genannt. Ich will auch jetzt gar nicht groß irgendwie weiter verzögern. Ich möchte gleich weiterfahren, wo wir letztes Mal aufgehört hatten, halt jetzt in dem dritten Buch anfangen. Das getitelt ist hier Die Sittlichkeit der Jesuiten auf Seite 317 im PDF oder auch Das Gelübde der Keuschheit. Und das fängt an mit einem wunderschönen Gedicht, das ich probiere jetzt vernünftig euch vorzutragen. Das Motto der Jesuiten aus dem Jesuitenspiegel im Zusammenhang mit dem Gelübde, das liest sich wie folgt. Kommt die Treu vor der Jesuitenhaus, so sagt man ihr, der Wirt sei aus. Kommt die Weisheit gezogen dafür, findet sie zugeschlossen die Tür. Kommt Zucht und Ehr dieselbe Straß, sie müssen deshalb für Pass. Kommt Christenlieb und wäre gern ein, so will niemand ihr Torwart sein. Kommt Wahrheit und klopft an, so muss sie außen bleiben starren. Kommt Gerechtigkeit vor das Tor, so findet sie Ketten und Riegel vor. Kommt aber das Weibsvolk hergelossen, so stehen ihm alle Türen offen. Drum jeder, komm und schau euch an, hier ist die Deck euch abgezogen. Die Wahrheit hat nun dargetan, wie ihr bis jetzt die Welt betrogen. So kennt die Sodomieterei, die ihr verübt in euren Schulen. Doch wer mag melden, ohne Scheu, euer Sündhaft unnatürlich buhlen. O Schlangenzucht, o Rattenbrut, die Witwen, die euch sind zu willen, genüge nicht, auch nicht die Glut, die ihr mit euren Nonnen pflegt, zu stillen. Aus dem Jesuitenspiegel. Viel treffender kann man das, glaube ich, gar nicht beschreiben. Wir fahren fort mit dem ersten Kapitel, also über das Keuschheitsgelübde, in dem Buch von Karl Theodor Griesinger. Vollständige Geschichte, ihre offene und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt, 1866, aus dem ersten Band, das dritte Buch. Und wir fahren da fort, jetzt auf der Seite 319. Da lesen wir das erste Kapitel, der alte Mann in der Larve der Heiligkeit. Der alte Adam in der Larve der Heiligkeit. Gern hätte ich dieses Kapitel wie überhaupt dieses ganze Buch mit dem Mantel der Nacht bedeckt. Denn das abzuhandelnde Thema ist nicht so dezent, um eine Freude daran haben zu können. Allein der Wahrheit muss vor allem die Ehre gegeben werden. Und über dem, wie könnte man denn ein richtiges Urteil über den wahren Charakter des Ordens Jesu fällen, wenn man nicht auch diese Seite ihres Tun und Schreibens, ich meine die geschlechtliche Seite, vor den Richterstuhl der Öffentlichkeit stellen würde. Ja, noch mehr. Diesen Turm der Jesuitischen Macht, dessen Ungeheuerlichkeit ich im vorigen Buche geschildert habe, unmöglich hätte so bald zusammenbrechen können, wenn nicht die adamitischen Ausschweifungen der heiligen Väter den Grund, auf dem der Bau ruhte, untergraben hätten. Demgemäß würde meine Geschichtsschreibung von den Jesuiten eine rein lückenhafte sein, wenn ich, dem Zartgefühle zu viel Rechnung tragend, das Buch von der Sittlichkeit der Sozietät Jesu geradezu wegfallen ließe. Und der Leser mag sich also immerhin darauf gefasst machen, Dinge zu hören, die ihn eben sowohl mit Ekel als mit Abscheu erfüllen müssen. Dagegen werde ich mich befleißigen, selbst das Schmutzigste so darzustellen, dass man sich die Hände daran nicht besudelt und über dem muss es mir erlaubt sein, meine Schilderungen so kurz als möglich zu fassen. Nun hier muss ich eine kurze Bemerkung zu geben zu dem Griesinger, was er hier schreibt, bevor ich jetzt weiterlese. Die treuen Schauer meines Kanals werden sich erinnern, dass ich einmal angefangen habe, das Buch zu lesen von Charles Chenequay, 50 Jahre in der Kirche Roms, auf Deutsch. Und dass ich nach der ersten Lesung das enttäuscht abgebrochen habe, weil der Übersetzende Herausgeber, damals das ist derselbe, der übrigens die Schlachterbibel herausgibt, deswegen war ich da immer sehr, sehr misstrauisch zu, nach dem Anfang des Buches einige Kapitel rausgestrichen hat und meinte, ja, wir wollen ja hier die römisch-katholische Kirche nicht an den Pranger stellen und deswegen müssen wir jetzt hier einige Kapitel rausnehmen, die werden wir nicht in dieses Buch mit aufnehmen. Das hat mich natürlich damals ekelhaft abwenden lassen von dieser Übersetzung des Buches und ich werde mir lieber das englische Original reinziehen, wo diese Dinge wohl alle mal drin stehen, diese Zensur. Und der Griesinger macht diese Zensur hier nicht, er geht ein auf diese Dinge. Und noch ein weiterer Punkt, in dem Buch, im Englischen heißt das The Woman, the Priest and the Confessional, also die Frau, der Priester und der Beichtstuhl, im Deutschen heißt der Buch, glaube ich, nur der Beichtstuhl, auch von Charles Chenequay, findet man ganz am Ende einige Seiten mit lateinischen Sätzen darin. Und diese lateinischen Sätze beinhalten das, was jedem Priester gelehrt wird, was er in der Beichte Frauen und kleinen Kindern fragen soll, an Fragen, die er stellt, sexueller Art. Ich habe mal versucht, das Lateinische mit Google Translator zu übersetzen, aber das geht nicht so einfach, wenn man denkt, man gibt das Lateinische ein und man kriegt dann eine vernünftige Übersetzung, sowohl ins Deutsche als ins Englische. Das hat Google Translate nicht geschafft. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, Bruchstücke davon zu verstehen und das ist etwas, was jeden Christen sich mit Scheu davon abwenden lässt und mit Ekel davon abwenden lässt. Welche Fragen die Priester Kindern und Frauen in der Beichte, also im Beichtstuhl stellen, um Macht über sie zu bekommen und um dafür zu sorgen, die Familie im Grunde kaputt zu brechen, weil das ist der Hauptgrund dafür. Und wer das Latein mächtig ist, der kann sich das Buch der Beichtstuhl ja als PDF, glaube ich, besorgen von Charles Chenequay und kann das mal lesen und kann sich dann hinten die lateinischen Dinge angucken und der versteht es vielleicht. Also mir ist jedenfalls das graue eiskalt den Rücken runtergelaufen, als ich auch nur teilweise diese Sätze habe lesen können, was der Priester den sogenannten Büßer in der Beichte da wirklich fragt. Also da dreht sich mir als Christ absolut der Magen um. Und ich finde es sehr gut, dass Karl Theodor Griesinger hier das Problem zumindest nicht auf die lange Bank schiebt oder da irgendwelche Vorbehalte hat, sondern dass er das Kind beim Namen nennt. Und ich halte es hier mit dem Motto von Martin Luther, der gesagt hat, Friede wenn möglich, aber die Wahrheit um jeden Preis. Hast du hierzu eine Bemerkung, Michael? Nee, ich habe mir noch nicht vorgelesen. Ich weiß ja noch gar nicht, welche schlimmen Dinge da kommen. Nee, ich habe auch nicht vorgelesen, aber hast du eine Bemerkung zu dem, was ich gerade gesagt habe? Das ist die Frage. Nein, ich kann mir das schon lebhaft vorstellen. Also das Mittelalter war ja nicht umsonst so dunkel und was da alles halt passiert ist und welche Informationen dann den Leuten aus der Nase gezogen worden sind, um sie nachher gegen die, sie zu verwenden und halt einen Wissensvorsprung, Informationsvorsprung zu haben. Also ich denke, das hat sich, wie vieles, nicht geändert. Nee, und wir müssen auch einmal ganz deutlich eben sagen, dieses Buch beschäftigt sich ja eben fast ausschließlich mit dem Jesuitenorden. Aber wenn es um sexuelle Verfehlungen geht, der Priester, dann ist das nicht beschränkt auf Jesuitenpriester. Das ist etwas, das finden wir in der ganzen römisch-katholischen Kirche. Und sehr wichtig hierbei finde ich den Punkt, dass man sich hier mal Römer Kapitel 1 durchliest in der Bibel. Da geht es um Sodomiterei. Und da hatten wir ja gerade eben schon mal in dem Gedicht ein wenig von gelesen. Sodomiterei und Pädophilie sind Resultate von dem, wie es in Römer 1 geschrieben steht, von der Idolatrie. Das Anbeten von irgendwelchen Bildnissen, anstatt den Gott im Himmel anzubeten, wie er angebetet werden will, nämlich im Geist und in der Wahrheit, und nicht durch irgendwelche Abbildungen, dass man den Gott, der uns alle und die Welt und alles daran geschaffen hat, reduziert auf irgendein Abbild, das der Mensch sich schafft. Dafür wird Gott uns seine Rache auferlegen. Und diese Rache äußert sich zum Beispiel in Sodomiterei. Was ihr heutzutage wahrscheinlich mehr kennt unter dem Wort Homosexualität. Schwul sein. Welche Worte man auch immer daran gibt. Ich gebrauche die biblischen Worte. Es hat einen Grund, dass es die Stadt Sodom gegeben hat. Von Sodomie. Und es gibt einen Grund, dass dieses Wort in der Bibel ständig wieder gebraucht wird. Und es gibt auch einen Grund, warum die Stadt nicht mehr steht. Es gibt einen Grund, warum die Stadt nicht mehr steht. Ja, ganz richtig. Nur, weil wir jetzt in diesem Buch uns konzentrieren auf den Jesuitenorden, möchte ich nur eben, bevor wir da jetzt fortfahren, ganz deutlich eben den Punkt machen, es ist nicht auf den Jesuitenorden beschränkt. Es ist die ganze römisch-katholische Kirche. Und wer das nicht glaubt, der sollte seine eigenen Untersuchungen in der Hinsicht anstellen. Den kann ich anraten, wenn er Englisch kann, geht mal auf die Seite von dem abgefallenen Sieben-Tags-Adventisten Nikolaus. Den Nachnamen kenne ich nicht. PresenceofGodMinistry.org ist seine Webseite. Da findet ihr sehr, sehr viel über die sodomitischen Priester. Und dass zum Beispiel Aids der Nummer 1 Todesgrund ist bei katholischen Priestern in den Vereinigten Staaten von Amerika, prozentual zur Bevölkerung gesehen. Warum? Ja, weil das eine sexuell übertragene Krankheit ist, wenn die sich gegenseitig befriedigen darf. Auf sodomitische Art und Weise, wie uns der Herr verbietet. Der ganz deutlich sagt, du sollst nicht mit einem Mann liegen wie mit einer Frau. Was technisch gesehen ja gar nicht geht, aber wo man deutlich daraus versteht, was der Herr damit meint. Diese Sotomiterei, die eine Strafe ist für die Idolatrie, die wird hier jetzt, denke ich mal, in dem Buch kommen, deutlich besprochen. Aber bezieht sich hier auf die Jesuiten und ich will ganz deutlich darauf hinweisen, das ist nicht auf die Jesuiten alleine bezogen. Das ist schon seit 2000 Jahren so, solange wie es die römisch-katholische Kirche gibt, die damals gegründet wurde von Simon, dem Zauberer. Aber da sprechen wir ein anderes Mal drüber. Wer das verstehen will, der sollte sich Apostelgeschichte Kapitel 8 gut durchlesen und verstehen, dass dieser Simon, der Zauberer, damals derjenige war, der Simonie erfunden hat. Simonie ist das Kaufen von Kirchenämtern, der damals die Apostel gebeten hat, ihm doch bitte die Gabe des Heiligen Geistes zu verkaufen. Und Petrus hat ihn dann ordentlich zurechtgewiesen. Naja, und wie es dann weiterging, das kann man dann lesen in dem Buch von Ernest L. Martin. Aber das ist nur in Englisch und da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Nur, den Punkt will ich hier ganz deutlich eben machen. Wir lesen hier jetzt hauptsächlich über was die Jesuiten angeht, aber nicht vergessen, die Sodomie und die Pädophilie ist außer Rand und Band in der römisch-katholischen Kirche, seitdem sie existiert. Das ist der Punkt, den ich eben machen wollte. Und jetzt werde ich ein wenig fortlesen. Es wäre zu wünschen, sagt der heilige Basilius, der große Begründer der morgenländischen Mönchsorden, dass alle die, welche das Gelübde tun, den weltlichen Wollüsten gänzlich zu entsagen, mit den Sinnen gar nichts zu schaffen hätten und derselben gleichsam entledigt würden. Aber leider mögen diese Personen auch tun, was sie wollen. So finden sie doch alle Zeit, dass sie Menschen sind und keiner von ihnen bringt es so weit, dass sich die Empfindung fleischlicher Lüste gar nicht mehr bei ihm einstellt. Ende des Zitats. Ja, auch hier kann ich wieder mal die Bibel anholen. Und Jesus Christus spricht darüber im Neuen Testament, dass er sagt, es gibt drei Arten von Eunuchen. Es gibt diejenigen, die so geboren sind, also mit anderen Worten, die nicht geschlechtsreif werden, die auch keinen geschlechtlichen oder sexuellen Drang spüren, weil sie so geboren sind. Ja, die aufgrund eines Defekts, was auch immer, nicht in der Lage sind, sich selbst zu reproduzieren und halt unfruchtbar geboren sind und eben auch diese sexuelle Verlangen daher nicht haben. Es gibt die Eunuchen, die von anderen Menschen Eunuchen gemacht werden, wovon man ja unter anderem zum Beispiel spricht von den Kastraten, die ja in der römisch-katholischen Kirche lange und auch heute noch, denke ich, sehr bewunderte Sänger sind. In Küren und sowas, da kann man sich ja auch mal mit beschäftigen, wenn man da Interesse zu hat. Und es gibt solche, die es durch den Willen mit der Hilfe des Herrn schaffen, sich dieser sündigen Gedanken der sexuellen Lüste zu entziehen. Diese drei Arten von Eunuchen gibt es. Und Jesus sagt ganz deutlich damit bei, die letztere, das ist die schwierigste Art und Weise, weil man eben auch selbst da ein bisschen sich so aufgeben muss gegenüber dem Herrn. Der hilft einem natürlich, das zu machen. Und Paulus ist das perfekte Beispiel. Wir haben ja zwei große, bekannte Apostel, Petrus und Paulus. Petrus war ein Apostel für die Juden und Paulus war der Apostel für die Heiden. Und Petrus war verheiratet, hatte eine Frau, das steht in der Bibel so drin. Denn komischerweise sagt der Papst, er will keine Frau. Wieder mal ein Grund, den Papst als Antichristen zu erkennen, aus der Wahrnehmung wie von Daniel und anderen Büchern, wie wir ja schon wissen, dass er einen Gott veneriert, den seine Vorväter nicht kannten, dass er von Frauen nichts wissen will. Das steht so in der Bibel drin. Also Petrus war verheiratet, aber Paulus war es nicht. Und Paulus hatte da auch kein Problem mit. Paulus wollte auch gar nicht verheiratet sein. Paulus hat sein Leben 100% an den Herren gewidmet und an seine Apostelschaft, um durch die heidnischen Regionen zu ziehen und dort die Leute zum Christentum, zum wahren Christentum, zum apostolischen Christentum, zum Glauben an die Bibel und Jesus Christus zu überzeugen. Das hat er gemacht, sein Leben lang. Und er war einer derjenigen, die man als Beispiel dafür nehmen kann, ein Eunuche des Geistes. Also es gibt die, die so geboren werden, aufgrund einer Geburtsfehler oder genetischer Fehler oder was auch immer, wie man das nennen will. Es gibt diejenigen, die von anderen Menschen zum Eunuchen gemacht werden und es gibt die Eunuchen des Geistes. Und Paulus zählt zu dem Letzteren. Das wollte ich hier nochmal eben anfügen, bevor wir jetzt weiterlesen. Nach dem Zitat fährt der Autor hier fort, Die Wahrheit dieses Satzes bewährte sich noch an allen Zölibatären, seien sie nun Mönche und Nonnen oder gewöhnliche Weltgeistliche und Priester gewesen und dieselben hatten daher stets gewaltige Kämpfe mit ihrem Menschentum zu bestehen. Viele hielten sich wacker und töteten ihr Fleisch durch Hunger und andere Mittel. Weit mehrere dagegen vermochten dem Drange des Blutes nicht standzuhalten und taten also, was andere Kinder Adams und Evas auch tun. So nahm denn nach und nach die Sinnflut in den Klöstern wie bei dem Priestertum mehr und mehr überhand und zu der Zeit der Reformation war die gesamte katholische Geistlichkeit mit allem, was daran hing, in den tiefsten Schlamm der Wollust versunken. Jeder Mann deutete mit Fingern auf sie, jeder Mann verachtete sie und eben in dieser ihrer grenzenlosen Liederlichkeit lag, wie ich schon weiter oben andeutete, ein Hauptgrund, warum die Reformation so riesige Fortschritte machte. Dies wussten natürlich die Söhne Loyolas nur zu gut und eben deswegen suchten sie sich hierin den vollkommensten Gegensatz mit den anderen Mönchen, den anderen Geistlichen zu stellen. Ihr klarer Verstand sagte ihnen, dass es eine Sache der Unmöglichkeit für sie sei, auch nur den geringsten Einfluss auf die christliche Menschheit zu bekommen, sobald sie in den nämlichen Fehler verfielen, wie die übrigen Tonsierten, also da geht es um die, die oben ihren Kopf abrasieren, die Tonsur, Mönche also mit anderen Worten, wie die übrigen Tonsierten, umgekehrt aber durften sie sicher sein, von der Welt förmlich angestaunt, ja als Wunderexemplare von Priestern verehrt zu werden, sobald es ihnen gelänge, in den Ruf jener Reinheit der Sitten zu kommen, deren sich ein Antonius, Pachomius und Basilikus rühmen konnte. Darum musste es das Bestreben des Ordens sein, diesen Ruf zu erlangen und von Ignatius an geben alle Generale die strengsten dahin zielenden Befehle. Davon zeugt unter anderem die Verordnung, dass die Söhne Loyolas, wenn sie durch die Straßen gingen, die Augen auf den Boden heften und namentlich von allen ihren begegnenden Weibern die Augen abwenden sollten. So aber, heißt es dann weiter, etwa ein Weib an ihre Türe klopft, sollen sie nicht auftun, sondern der Türhüter solle sie mit kurzen Worten abweisen. Begehrt die Frau einen Beichtvater, so hat man sie in die Kirche zu senden und dort solle man ihr die Beichte abnehmen. Dagegen hat der Pater nur durch das Gitterlein sowie mit abgewandtem Gesicht mit ihr zu reden und über dem soll alle Zeit von fern ein anderer Bruder stehen, der sie zwar nicht hören, aber sehen kann, auf das nicht etwa anderes verhandelt werde, denn nur allein die Beichte. Käme übrigens trotz aller Vorsicht der Fall vor, dass eine Tochter der Sündigen Eva in ein Kollegium oder ein Professhaus träte und diesen oder jenen Pater zu besuchen, so hat sie einen Laienbruder alsbald an der Hand hinauszuführen und der Türhüter muss den Staub, auf den sie getreten, zusammenkehren und zum Hause hinauswerfen, damit ja keines der Mitglieder des Ordens durch dessen Berührung verunreinigt werde. Ende Zitat. Hier gibt es so wahnsinnig viel, was ich hierzu erzählen könnte, dass das den Inhalt einer Stunde dieses normalen Videos total sprengen würde. Es gibt zum Beispiel den Fall einer männlichen Person, die in einem Mönchskloster hochgezogen wurde, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der in seinem ganzen Leben nie ein weibliches Wesen gesehen hat, und zwar weder menschlich noch tierisch, wurde von allem weggehalten, hat niemals ein weibliches Wesen gesehen in seinem ganzen Leben, wurde in einem Kloster erzogen. Ein anderer Fall, der vielleicht interessant ist, ist das Anfang des, ich meine, 19. Jahrhunderts war es, als Napoleon in Spanien einfiel unter anderem und es kann auch später nochmal gewesen sein, zu Anfang des 20. Jahrhunderts, aber es war jedenfalls im 19. Jahrhundert, bin ich ziemlich sicher, dass sie da die Klöster, dass sie da Klöster aufgelöst hatten, und zwar Klöster von Mönchen und von Nonnen, wo sie unterirdisch Gänge gefunden hatten, die die beiden Klöster miteinander verbunden hatten und nicht nur Gänge gefunden haben, sondern dass sie da auch Kammern, sage ich jetzt mal, gefunden haben, eingegrabene Kammern gefunden haben, die voll waren mit Babyleichen, die hauptsächlich erstickt wurden, kurz nach ihrem Tode. Also, wo die Mönche mit den Nonnen Unzucht getrieben haben und das Ergebnis dieser Unzucht haben sie da unter der Erde vergraben. Das könnt ihr auch gerne mal selbst raussuchen. Aber so unzüchtig ist die römisch-katholische Kirche. Und wenn hier jetzt steht, dass es hier also Regeln gibt nach dem Motto, dass ein Laienbruder als bald an der Hand hinaus die Frau vorausführen muss und den Staub dahinter wegkehren muss und so weiter und so weiter, das ist ja alles ganz schön in der Theorie, aber in der Praxis überhaupt nicht so wahr. Und da kommt dann noch zu, dass, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass, was wollte ich denn jetzt sagen? Ein ganz wichtiger Punkt, ja. Und dann verliere ich eben den Draht hier. Dass die Beichte, die Ohrenbeichte, um die es hier ja geht, durch die Jesuiten erst als Sakrament im Grunde eingeführt wurde. Auch etwas, was ich erst letztens gelernt habe, durch Tom Fress nochmal zuzuhören in einer seiner Lesungen. Ja, ähm, gut. Michael, du siehst, wo wir sind hier. Bei all so streng lauteten die Vorschriften der Generäle über das Verhalten der Ordensmitglieder gegenüber dem weiblichen Geschlechte. Und da blinder Gehorsam die erste Regel war, ja, Perende ak Kadaver, Kadaver Gehorsam, so wurden dieselbigen Vorschriften auch wirklich befolgt. Ja, zumindest nach außen hin. Kannst du hier eben übernehmen? Ich muss nämlich mal ganz kurz eine Pause einlegen. Ja, ich lese einfach mal weiter. Okay, danke schön. Okay. Gerne, ja. Jetzt bin ich mit Hochdeutsch dran. Es war also eine helle Freude, wenn man die Herren Patris nur ansah. Denn sie hielten sich mit Augen, Ohren, Zungen und Händen so züchtiglich, als wären sie gar nicht vom Weibe geboren und selbst den schönsten und jüngsten Jungfrauen gegenüber benahmen sie sich wie Blinde und Stumme. Ja, es schien, als ob sie dem ganzen weiblichen Geschlechte den tiefsten Hass geschworen hätten und wenn sie je vor den Leuten mit einer Frau oder Jungfrau zu sprechen gezwungen wurden, so taten sie dies mit einer Verachtung Sondergleichen, indem sie nicht undeutlich merken ließen, dass sie die sämtlichen Töchter Evas für von Gott verworfene Kreaturen hielten, denen sie ewige Verdammnis gewiss sei. Bei so bewandten Umständen darf man sich nicht wundern, wenn die Christenheit des Ruhmes der Jesuiten voll wurde und wenn sogar nicht wenige anfingen, sie als halbe Heilige zu verehren. Auch sorgten sie selbst mit allem Eifer dafür, dass dieser Ruhm recht vielfach besprochen wurde und insbesondere schrieben sie Erzählungen über ihre Enthaltsamkeitstugend nieder, bei deren Lesung das gemeine Volk ganz außer sich kommen musste. Weil nämlich ihre Tugend so gar groß war, so lautete das Lob, dass sie sich selbst gaben, standen sie in ganz außergewöhnlicher Gnade bei der Jungfrau Maria und dieselbe bewies durch gewisse Aufmerksamkeiten, die sie einzelnen von ihnen erwies. So erschien zum Beispiel dem Pater Viraldus in der St. Paulskirche zu Rom am hellen Mittag ein Engel vom Himmel und überbrachte ihm von Seiten der Mutter Gottes nebst vielen Grüßen einen Gürtel, welcher die Eigenschaft hatte, dass sie jedem, der ihn auch nur berührte, alle sinnlichen Gedanken sofort vergingen. Da kommt der Keuschheitsgürtel wahrscheinlich her? Ja, sozusagen, ja. Gut, dankeschön, dass du übernommen hast. Ich muss mir irgendwann mal einen Katheter legen von hier zur Toilette. Echt, ja, das ist grauenvoll. Wenn man viel trinkt, das ist gut für die Gesundheit, aber alles, was reingeht, muss auch wieder raus. Entschuldigung. Aber schön, dass Michael das eben hat übernommen kann, übernehmen konnte. Ich habe das übernommen, aber ich habe mich hoffentlich nicht dabei übernommen. Nein, sicherlich nicht. Also, Dero halber steht hier, also ich gehe mal davon aus, dass es deshalb heute heißen würde, musste auch Beraldos, das wunderbare Kleinod, auf Befehl seines Generals in eine Menge von kleinen Stücken zerschneiden und tiefe Stücklein, und diese Stücklein wurden dann, soweit sie reichten, in den jesuitischen Kollegien verteilt. Wo sich aber ein derartiges Stücklein befand, da konnte gegen die Keuschheit gar nicht mehr gesündigt werden, sondern es herrschte da eine wahrhaft paradiesische Unschuld. Was ist denn bitte schön eine paradiesische Unschuld? Als Adam und Eva im Paradies gelebt haben, wo der Herr sie geschaffen hat, im Garten von Eden, Was war denn da bitte schon eine Unschuld, wenn eine der allerersten Taten die war, dass Gott die Hochzeit oder die Heirat, die Ehe zwischen Mann und Frau initiiert hat? Und Adam zu der Erkenntnis kam, dafür, nämlich für eine Frau, wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und er wird zu seiner Frau halten, dass die beiden ein Fleisch werden. Was hat denn das mit Unschuld zu tun, in dem Sinne, wie es hier steht, paradiesische Unschuld? Na ja, das hat vielleicht damit zu tun, dass wir uns vielleicht mal darauf besinnen sollten, dass Sex eine paradiesische Einrichtung ist, möchte ich mal sagen. Eine göttliche Einrichtung ist, aber ordiniert und limitiert zwischen einem Mann und einer Frau. Und das ist etwas, was wir heute in der Welt komischerweise so gut wie überhaupt nicht mehr irgendwo erleben. Ich habe gestern noch, gestern oder vorgestern im Fernsehen, kurz irgendwas gesehen, da ging es um Demonstrationen über Abtreibung. Ich glaube in Brasilien oder so war das. Da habe ich mir gesagt, das ist eine Diskussion, die braucht ein Christ überhaupt nicht führen. Weil wenn man ein christliches Leben lebt, dann gibt es gar keine Not, um abzutreiben, weil dann gibt es gar keinen Sex außerhalb der Ehe. Und das ist eben das größte Problem. Dieses Keuschheitsgelübde, das die Jesuiten ablegen, dieses Keuschheitsgelübde, das römisch-katholische Priester oder überhaupt jeder, der im römisch-katholischen Klerus beschäftigt ist, ablegen muss, dieses Zölibat, wie sie es nennen, dieses Keuschheitsgelübde, das die ablegen müssen, geht gegen die Natur. Der Mensch ist dafür geschaffen, von Gott geschaffen, um einen Helfer oder in diesem Fall eine Helferin zu haben. Dafür hat Gott die Frau überhaupt erst erschaffen. Wenn wir uns das in Genesis nochmal anschauen, da steht, ich möchte nicht, dass der Mann alleine ist, ich werde ihm eine Gehilfin schaffen. Das war die Absicht. Und da hat er von allen Tieren, hat Gott jedes Tier vor Adam geschaffen. Ja, deswegen ist Adam der einzige Mensch auf dieser Erde, der jemals gesehen hat, wie Gott etwas geschaffen hat aus dem Nichts. Könnt ihr ja gerne in Genesis nachlesen. Ein wundervolles Buch in der Bibel. Und hat aber aus allem, was er da geschaffen hat, keine Hilfe für Adam gefunden, bis er dann gesagt hat, gut, dann schneide ich ihm eben ein Stück von seinem eigenen Fleisch und forme daraus seine Partnerin. Und Adam, als er sie gesehen hat, sagte, Oh, dafür wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, um zu seiner Frau zu halten und mit ihr ein Fleisch zu sein. Es ist also absolut natürlich und es hat überhaupt nichts mit einer sogenannten, zwischen Anführungszeichen jetzt mal, unschuld zu tun. Aber der Sex in der Ehe, so wie sie von Gott ordiniert ist, ist unschuldig. Und es ist die schönste Sache der Welt, die nur durch den Teufel und den Antichristen in dieser Welt entstellt wird. Durch alles, was im Schlafzimmer passiert, zwischen einem verheirateten Mann und einer verheirateten Frau, die miteinander verheiratet sind, dass ihr mich ganz deutlich versteht, nicht, dass ein verheirateter Mann mit einer anderen verheirateten Frau zusammen liegt, also ganz deutlich, die zwei sind miteinander verheiratet. Was da im Schlafzimmer passiert, das ist deren Sache. Da hat Gott auch keine Regeln aufgestellt. Diese römisch-katholische Regel nach dem Motto, Sex ist nur dann zugelassen, wenn es geht, um sich zu vervielfältigen, also um sich zu vermehren. Das ist eine typisch römisch-katholische Lehre, da steht es in der Bibel nicht drin. In der Bibel steht drin, seid fruchtbar und mehret euch. Da steht aber nicht drin, habt nur Sex, um euch zu vermehren. Okay, es gibt eine Stelle, wo Gott denjenigen tötet, der seinen Samen mit Absicht der Frau vorenthält. Aber da muss man bitte schon das ganze Kapitel lesen und da wird man verstehen, dass er das nicht tut, weil er der Frau den Samen vorenthält, sondern dass Gott das tut, weil er das absichtlich vorenthält. Also mit der Frau Sex hat, mit der er nicht verheiratet ist, in der Absicht, keine Kinder zu machen. Also mit daher die Ehe bricht. Und das ist im Grunde, dieses ganze Sexgetue ist so einfach zu erklären, biblisch. Jeder Sex außerhalb der Ehe ist Unzucht. Jeder Sex. Das heißt, Sex vor der Ehe ist Unzucht. Sex außerhalb der Ehe ist Unzucht. Und deswegen sagt Jesus auch, du hast deine Frau schon betrogen, wenn du nach einer anderen Frau nur schaust, weil du die Begierde hast. Begierde ist ja auch, wie wir wissen, aus dem 10. Geburt. Du sollst ja nichts begehren, was deines Nachbarn ist oder auch seines Frau nicht. Also du sollst keine anderen Frauen begehren, außer die, die du selbst hast. Das ist Sünde. Der Punkt, den ich machen will, ich hoffe, dass das wird hier gut verstanden ist, Sex ist eine wunderbare, von Gott ordinierte Sache für den Menschen. Aber der Mensch und vor allen Dingen der vom Teufel geleitete Mensch hat dafür gesorgt, dass das in den Schmutz gezogen wird. Vor allen Dingen, wenn wir in die heutige Zeit gucken, mit Pornografie und was es nicht sonst noch alles gibt auf dieser Welt. Hat mich immer erstaunt, die Amerikaner, die ja so angeblich ein protestantisches Land sind, angeblich so gottestreu sind. Wenn du da in Miami als Frau oben ohne auf dem Strand rund läufst, dann kriegst du eine schwere Geldbuße oder wirst sogar in den Knast gesteckt. Aber gleichzeitig hat Amerika die größte Pornoindustrie der ganzen Welt. Heuchlerisch. Und genau das ist, was diese Welt heute ist. Und genau das ist, was die römisch-katholische Kirche war, ist und immer sein wird. Heuchlerisch. Das Gute vorstellen, aber das Schlechte meinen. Mit anderen Worten, von Gutem das Schlechte machen und vom Schlechten das Gute machen. Genau wie es in der Bibel geschrieben steht. Und da wollte ich doch nochmal eben kurz drauf eingehen, bevor wir jetzt hier weiterlesen. Hast du vielleicht noch einen Kommentar dazu, Michael? Den spare ich mir fürs Ende auf, denn der ist genauso lang wie deiner. Okay. Okay. Das kannst du dann gerne tun. Dann lese ich jetzt in diesem Fall hier jetzt mal eben fort. Einem anderen Ordensmitglied, dem Pater Julius, der anno 1585 im Collegium Romanum Professor war, erschien alle Macht einer wunderbar, alle Nacht eine wunderbar schöne Jungfrau, die gar zierlich auf der Laute spielte und ihn anreizte, mit ihr der Liebe zu pflegen. Der Pater klagte seine Not dem Rektor und dieser wies ihn an, sobald die Jungfrau wieder erscheine, aufzustehen und sich so lange zu geißeln, bis sie verschwunden sei. Natürlich befolgte der Pater gleich in der nächsten Nacht diese Weisung und geißelte sich so furchtbar, dass das Blut in Strömen floss. Da hörte die Jungfrau aufzuspielen und sagte mit lieblicher Stimme, Oh, frommer Vater, ich bin der Jungfrau Maria ja, Magd und diese hat mich gesendet, dass ich dich in deiner Keuschheit versuchen sollte. Du aber hast ritterlich gekämpft und ritterlich überwunden. Darum sieh da, nimm diesen Kranz der Jungfrauschaft, welchen dir die Heilige Mutter Gottes sendet und bleibe beständig wie bisher, damit du dereinstens in dem Chor der keuschen reinen Jungfrauen die unverwältige Krone des ewigen Lebens empfangst. Mit diesen Worten verschwand sie und ward fortan nicht mehr gesehen. Den Kranz dagegen, der aus mancherlei wunderbar herrlichen und ewig unvergänglichen Blumen bestand, ließ sie zurück und derselbige hatte ganz die nämliche Wirkung wie der Keuschheitsgürtel des Pater Bekanus. Aus Hochachtung übrigens für die Jungfrau Maria und weil die Blumen sogar so schön waren, zerstückelte man ihn nicht, sondern legte ihn später zu den anderen Heiligtümern, deren sich der Orden Jesu zu erfreuen hat und dort verblieb er in immerwährend sich gleichbleibender Frische. Ja, genauso wie viele römisch-katholische Kirchen behaupten, ein Stück der Vorhaut Jesu Christi zu haben oder ein Stück des echten Kreuzes von Jesu Christi zu haben, wenn man all die zusammenlegen würde, diese Stücke des Holzes, dann kann man da eine neue Arche draus bauen. Also, diese Reliquien, das ist genau das, was ich am Anfang meinte, das ist das, wie es in der Bibel geschrieben steht, du sollst dir keine Abbildung machen von irgendwas, was im Himmel, was auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist, du sollst dich dazu nicht niederknien und du sollst sie nicht anbeten. Du sollst dir keine Abbildung machen und du sollst auch keine Idole haben und diese Reliquien sind ja nichts anderes als Idole. Ganz ähnliche Historien kursierten doch noch viele und in jeder derselben wurden die Söhne Loyolas als wahre überirdische Wesen hingestellt, die nur mit den Erzengeln Michael, Gabriel und Raphael zu vergleichen wären. Ja, eines dieser Selbstlobbüchlein behauptet gar, dass der Orden Jesu über alle Gebrechen des Menschentums erhaben sei und dass daher so oft ein Mitglied desselben auf dem Tod liege, Jesus Christus in Person vor sein Bett trete, um die Seele des Sterbenden in Empfang zu nehmen. Das ist natürlich auch gleich wieder ein Kommentar auslockend über die unsterbliche Seele, das ein absoluter Quatsch und babylonische Lehre ist. In der Bibel steht ganz deutlich geschrieben, wenn wir tot sind, dann schlafen wir. Und die Toten wissen von Gornischt, um das jetzt mal eben ganz ein bisschen platt zu sagen. Die wissen Gornischt. Die unsterbliche Seele ist eine babylonische Lehre. Und weder Jesus Christus noch sonst irgendjemand steht irgendwo vor einem Bett, wenn jemand stirbt und nimmt irgendeine Seele in Empfang. Absoluter Quatsch. Gut, wir schauen eben mal, dass hier in einer Fußnote darauf beigeschrieben steht, diese Schrift, also von wir jetzt gerade hier gesprochen haben, dieses Selbstlobbüchlein, führt den Titel Imago Primi Seculi Societates Resu oder Bild der Gesellschaft Jesu im ersten Jahrhundert ihres Bestehens. Doch je mehr die Jesuiten sich selbst mit Lob überschütteten, umso auffallender kontrastierte sie damit die da und dort schon in den ersten Jahrhunderten ihres Daseins auftauchende Meinung, als ob alle diese Herrlichkeit nur eine äußerliche, nur was man sagt, eine Scheinheiligkeit sei. Scheinheilig sind sie von A bis Z bis zum Mark ihrer Knochen. Ihr Augen niederschlagen hieß es, wenn ihnen ein Weib begegnet, ihr verachtungsvolles Reden von dem anderen Geschlecht und überhaupt ihr ganzes Gebaren, als ob sie nie eine männliche Regung verspürten. All dies ist nur gemacht, die Menschheit zu täuschen und heimlich in stillen Gemächern genießen sie jedwede Freude, welche der Umgang mit Evas Töchtern nur immer gewähren kann. Ja, ich muss mir hier mal eben ein Bild raussuchen, das möchte ich euch gerne hierzu zeigen. Ich glaube, das passt ganz gut in das, was wir jetzt gerade lesen. Das heißt, ich habe das unter dem Namen irgendwas mit Priester abgespeichert und ich habe das in anderen Lesungen bereits gebraucht. Ich meine, das war in Luther 2017 der Priester und die Frau hier, mal eben sehen, ob ich das Bild hier gleich finde. Das hier, das wollte ich euch gerne mal zeigen. Übrigens, auch das hier mache ich mal eben auf. Das ist hier ein Bild von der prieslichen, von dem prieslichen Zölibat. Habe ich auch schon mal in ein paar Videos gebraucht. Und dieses hier finde ich auch immer ganz lustig. die zwei Nonnen, die hier miteinander sprechen und die eine Nonne ist schwanger und die andere Nonne fragt die schwangere Nonne, welcher Vater ist der Vater? Manchmal muss man die Dinge auch ein wenig mit Humor sehen, aber ich kann euch versichern, das Kapitel, was wir im Augenblick am Lesen sind, das hat mit Humor überhaupt nichts zu tun. Aber ich versuche mir doch hier und da noch mal ein wenig zu bewahren und dann passt so ein Bild Brust einer Prostituierten, das ich bereits in Luther 2017 Video glaube ich mal gebraucht habe, lasse ich mal eben eingeblendet hier, weil das gibt im Grunde genau diese Scheinheiligkeit der römisch-katholischen, nicht nur der jesuitischen, versteht mich da bitte korrekt, nicht nur der jesuitischen, sondern wirklich der römisch-katholischen Priesterschaft wieder. Ja, fährt der Auto fort, sie tun dies sogar ohne irgendwelche Gewissensbisse zu verspüren, denn sie haben ihre eigenen Moralgrundsätze und lachen über die oder meinen, Gott habe eine Freude an denen, die ihr Fleisch kasteien. Solche Meinungen tauchten schon sehr früher auf, obwohl allerdings nicht bei vielen, sondern nur bei einzelnen wenigen. Allein diese wenigen gaben sich dann die Mühe, das Leben der Jesuiten recht genau zu beobachten und infolgedessen kamen Dinge zu Tage, durch welche selbst die schlimmsten Vermutungen bestätigt wurden. Hören wir, was ihnen zum Beispiel bereits im Jahre 1560 in Montepulciano, einem Städtchen im Toskanischen, begegnete. Dort dort sie von den milden Beiträgen, welche ihnen in Menge zuflossen, ein Kollegium gegründet und darum stand der Bau nebst der daran stoßenden Kirche, so drängte sich alles in ihre Beichtstühle. Und kaum stand der Bau nebst der daran stoßenden Kirche, so drängte sich alles in ihre Beichtstühle. Insbesondere mussten sich die Herren Patres des Vertrauens der Montepulcianerinnen bemächtigen und Jungfrauen wie Frauen beichteten ihnen mit der liebenswürdigsten Offenherzigkeit. Ja, und hier nochmal eben kurz die Anmerkung von mir, lest das Buch der Beichtstuhl von Charles Chenequie und ihr versteht, was die Frauen da allem beichteten. Welche sexuellen Gelüste die auch haben, die dann von den Priestern missbraucht wurden und werden. Und Charles Chenequie, der selbst 50 Jahre in der Kirche Roms durchgebracht hat, hat das alles aufgezeichnet in seinem Buch Der Beichtstuhl. So entstanden fährt der Autor fort nach und nach verschiedene zärtliche Verhältnisse zwischen Beichtigern und Beichtigerinnen. Ja, ich glaube es ist in dem Buch Der Beichtstuhl Kapitel 3 oder Kapitel 5, das habe ich in Englisch mal in Hour of the Truth in einer Sendung gelesen, wo eine Frau sich so in ihren Beichtvater verliebt, dass sie dafür ihre Familie verlässt und zwar vorgibt ertrunken zu sein und dann mit ihm in eine andere Stadt zieht und sich als Junge verkleidet, um ihm mehr oder weniger dienen zu können. Wie gesagt, das Buch Der Beichtstuhl sollte man gelesen haben. Echt interessant. So entstanden nach und nach verschiedene zärtliche Verhältnisse zwischen Beichtigern und Beichtigerinnen, wie also Charles Cheniqui hier im 19. Jahrhundert beschrieben hat in dem Buch Der Beichtstuhl. Allein beide Teile wussten sich so gut zu verstellen, dass, obwohl man da oder dort etwas munkelte, nach noch längere Zeit alles ziemlich verborgen blieb, bis endlich die Eifersucht einer alten Jungfer dem Fass den Boden eindrückte. Der Rektor des Kollegiums nämlich mit Namen Johann Gombart Gombart ist das ein G? ne? Oder Sombart? Ja, ich denke auch ein G. G, ne? Mit Namen Johann Gombart hatte es mit zwei Schwestern zugleich zu tun, einer älteren und einer jüngeren und verteilte anfangs seine Liebkosungen ziemlich gleichmäßig. Später jedoch begünstigte er das jüngere Beichtkind ziemlich auffallend und das ältere geriet darüber so in Wut, dass es den ganzen Handel dem Bruder entdeckte. Der Bruder verbot sofort seinen beiden Schwestern allen Umgang mit dem Rektor sowohl im Beichtstuhl als außerhalb desselben und wurde zugleich beim Bischof klagbar. Dieser aber ließ unversehens Haussuchung im Kollegium halten und nun entdeckte man eine Menge von galanten Liebesbriefen, welche zwischen den Jesuiten und ihren weiblichen Beichtkindern gewechselt worden waren. Zu gleicher Zeit wurde es ruchbar, dass einer der frommen Väter einer Dame bei einem Besuch habe Gewalt antun wollen, ohne jedoch zum Ziele gekommen zu sein. Dass dagegen ein anderer dieses Verbrechen an einem armen Mädchen auf dem freien Felde ein Dritter sich abends aus dem Kollegium stahl, um die Nacht bei einer berüchtigten Kurtisane zuzubringen. Nun geriet natürlich ganz Montepulciano in Aufruhr und wenig hätte gefehlt, so würde man das jesuitische Kollegium gestürmt haben. Doch besannen sich die Einwohner bald eines Besseren und überließen die Bestrafung der Schuldigen dem bischöflichen Stuhle, der sofort zu einer scharfen Untersuchung Schritte. Diese wartete aber der Rektor Gombard nicht ab, sondern er entfloh vielmehr bei Nacht und Nebel und der General Leines stieß ihn sofort aus dem Orden. Den übrigen Herrn Patribus aber geschah nichts anderes, als dass man sie in andere Kollegien versetzte, denn das Montepulciano musste geschlossen werden, weil die Einwohner ihnen alles Einkommen entzogen und jeden Umgang mit dessen kann ich nicht helfen, muss ich nochmal einen Kommentar geben. Wir haben hier gerade eben ganz ganz toll diesen einen Satz gelesen. Den übrigen Patribus aber geschah nichts, als dass man sie in andere Kollegien versetzte. Wenn ihr euch mal mit der pädophilen Agenda des Vatikan beschäftigt und ihr folgt solchen Leuten wie Kevin Arnett, die versucht haben, selbst vor dem Weltgericht den Vatikan vor das Gericht zu ziehen, was natürlich nicht klappt, weil der Papst sagt, er ist der Richter aller Menschen ohne selbst von einem Menschen gerichtet werden zu können. Wenn ihr euch damit beschäftigt, dann werdet ihr merken, dass zum Beispiel in diesem einen Film ist das sehr gut dargebracht. Der spielt von dem Boston Globe. Jetzt komme ich im Augenblick nicht Nee, gib mal einen Tipp. Ja, wenn ich das wüsste, da komme ich jetzt echt nicht drauf. Ich habe den Film mal gesehen, der ist auch gar nicht so alt, der ist erst ein paar Jahre alt. Ich komme jetzt aber wirklich nicht auf den Titel des Films, das tut mir leid. Das ist eben so mit Live Video, wenn man sich nicht vorbereitet, dann kann man nicht auf alles kommen und der Titel, also es geht auf jeden Fall um in Boston, in den Vereinigten Staaten von Amerika, um einen pädophilen Ring innerhalb der römisch-katholischen Kirche, also die Priester in Boston und zwar eine hohe Prozentsahl aller Priester wird hier nachgewiesen, dass sie pädophilische Aktionen ausgeführt haben mit ihnen schutzbefohlenen Kindern. Scott Light kann das sein? Scott Light, danke, genau, der ist das, der Film. Und was ist das Resultat? Und das zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Film, der natürlich auch nicht mit einem sogenannten Happy End endet, nach dem Motto von jetzt ist die Pädophilie aber vorbei und jeder Priester angeklagt und verurteilt und hat die gerechte Strafe bekommen, wenn es dafür überhaupt eine gerechte Strafe vom Menschen her geben kann für solche Sachen, weil schließlich wird mit dieser Pädophilie in einen anderen Kirchenkreis, wie auch immer, werden eine andere Gemeinde versetzt oder was auch immer. Und das ist heute noch immer Gang und Gäbe. Hier in Belgien ist auch ein ganz tolles Beispiel. Hier wurden bereits verschiedene Priester und alles der Pädophilie bezichtigt und das Einzige, was man nachher gemerkt ist, der ist jetzt aus der Kirche weg, den haben sie irgendwo anders hin versetzt. So passiert das heute auch noch. Und wisst ihr warum? Papst Franziskus ist Papst gewesen, weil man ihn vor Gericht zerren wollte, wegen seiner Rolle in dem schmutzigen Krieg in Argentinien in den 80er Jahren. Mit über 30.000 Toten, die Jesuiten da alleine zu verantworten hatten. Die sie teilweise lebendig aus Flugzeugen und Helikoptern geschmissen haben über Meer. Könnt ihr euch ja mal erkundigen über den dreckigen Krieg. Der Papst davor, wo die Bild-Zeitung getitelt hat im 2005 Wir sind Papst! Benedikt der 16. Kardinal Ratzinger, der 25 Jahre Vorsitzender der Glaubenskongregation war, also dieser neue schöne Name, den sie für die Inquisition erfunden hatten. Der wurde zum Papst gemacht, weil ihm die Kriminaltechnologen auf die Spur gekommen sind über einen Pädophilen Ring. Und um ihn zu schützen, wurde er Papst gemacht, bis er nicht mehr antastbar. und so gibt es in der Vergangenheit noch viele Fälle von Päpsten, die befördert wurden zu diesen Posten aus solchen oder anderen ähnlichen Gründen. Die werden einfach versetzt, wie der Autor das hier auch schreibt. Man hat sie in andere Kollegien versetzt, nicht nur in diesem Fall, weil das in Montepulciano jetzt geschlossen werden musste, sondern weil ein solcher Priester für die Gemeinde dann nicht mehr tragbar ist. Und man schickt die dann in eine andere Kirchengemeinschaft, also schickt den Priester in eine andere Gemeinde und die wissen ja noch nichts von dem. Und dann fängt die ganze Scheiße wieder von vorne an, das Kind mal eben deutlich beim Namen zu nennen. So, mal gucken, wie weit sind wir schon in unserer Lesung. Oh, schon 50 Minuten fast. Schade, ich bin gerade so richtig am Warmwerden hier. Also, werden wir nochmal den nächsten Absatz lesen und dann vielleicht mal beenden, weil uns ja mein Freund Michael angekündigt hat, dass er auch noch einen schönen Kommentar zum Schluss hat. Das ist aber ein langer Absatz hier. Gut, ich fange trotzdem an. Das war gewiss eine hässliche Geschichte über Montepulciano, was man heute eigentlich nur noch vom Wein her kennt. Da Skandalen der römisch-katholischen Kirche von damals, das war eine gewiss eine hässliche Geschichte. Allein ihr folgten bald noch viel hässlichere und gemeinere und dieselben kursierten wie ein Lauffeuer durch die ganze zivilisierte Welt. Das sollte man auch zwischen Anführungsstriche setzen. So, dass die heilige Sozietät Mühe hatte, sich vor dem üblen Geruch, der von ihr ausströmte, zu wahren. So kam die Geschichte des Pater Maiotius, der sich in seinem schönen Beichtkinde, der Müllerin von Azenai bei Bourges verging, in Jedermanns Mund und es erschien sogar anno 1576 eine eigene Broschüre über das Skandalum. Also über diesen Skandal. Noch ärger wurde das Ärgernis, als die Jesuiten sich ihres Bruders annahmen und das Verhältnis zu der Müllerin als das eines Vaters zu seinem Kind darzustellen suchten. Denn nun regnete es mit Satiren und die beißendste derselbe war die, welche Anno 1610 unter dem Titel Dank Adresse der Butterhändlerinnen von Paris an Herrn Courbusson Lobredner der Gesellschaft Jesu erschien. So wurde es mit der Zeit ruchbar, dass der Vater Peter Galès, Rektor des Kollegiums von Bordeaux, sich in seinem Beichtregister ein eigenes Journal anlegte, worin er die schönsten seiner Beichtkinder mit Namen verzeichnete und zugleich die Schäferstunde notierte, welche er mit ihnen feierte. So kam es seiner Zeit zu Tag, dass der Pater Fronton Gadauta, Rektor des Fontanschen Kollegiums und ein Amtsnachfolger Peter Renier jeden Tag in der Woche mit ihren Damen, die sie sich aus den vornehmsten der Stadt auslasen, abwechselten und gewöhnlich sich vier bis fünf Stunden des Mittags mit denselben einschloss. So stellte sich ein gewisses, sehr üppiges Frauenzimmer in Poitiers durch volle zehn Jahre hindurch krank und ließ jeden Tag abwechslungsweise die Patres Bonnet und Danceron holen, indem sie lächelnd erklärte, diese beiden frommen Väter hätten die besten Krankentröster am Leibe, welche sie noch je verspürt habe. So gelang es, man muss hier zwischen den Zeilen lesen, um es zu verstehen, aber nicht so sehr. Ich meine, viele Tücher wündete hier der Griesinger nicht um die Wahrheit. Sie hätten die besten Krankentröster am Leibe, welche sie noch je verspürt habe. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. So gelang es dem Pater Galussin, Professor am Kollegium zu Metz, endlich nach langen Bemühungen, halb durch Überredung, halb durch Gewalt, über die Unschuld der Tochter des königlichen Gouverneurs zu triumphieren. Allein, da er dabei nicht vorsichtig genug war, so wurde das Liebesperlein überrascht und die Folge war, dass der Gouverneur in seiner Wut dem Verführer die Ohren abschneiden ließ. So stiftete der Vater Gilbert Rousseau in der Stadt Narak, in welcher er als geheimer Agent des Ordens geschickt wurde, mit einer Wäscherin ein solches Freundschaftsbündnis, dass dieselbe in andere Umstände kam und nun von ihm, den sie für nichts weniger als einen katholischen Geistlichen hielt, verlangte, geheiratet zu werden. Natürlich konnte ihr der Pater nicht will fahren und der Handel kam sofort vor Gericht. Allein der kluge Jesuit stellte, Geld und gute Worte vermögen vieles, einen anderen, einen Holzspelter, der Strichweg erklärte, er sei der Vater des Kindes und so wurde die Dirne ab und zur Ruhe verwiesen. Ja, das kann man heute mit DNA-Analysen weniger gut tun, aber damals kam man damit durch. Auch schadete dem guten Pater das Ärgernis, das er gegeben hatte, bei seinem Oberen keineswegs, sondern der General zu Rom erkannte vielmehr seine Klugheit an und beförderte ihn später zum Provinzial der oberrheinischen Provinz. Ich glaube, dass wir hier jetzt mal eben pausieren mit der Lesung. Das ist ja heute auch nicht viel anders. Wenn du irgendwo in einem öffentlichen wirst du nach oben promoviert, bis es höher nicht mehr geht. Manche Leute werden Bundespräsident, manche werden Bundeskanzler, manche werden hier und da in der Privatwirtschaft gesetzt, wie zum Beispiel der Herr Schröder, der sich ja auch irgendwo in ein warmes Netz gesetzt hat bei Gazprom. Die Leute finden schon irgendwas und man kennt das ja unter anderem von Polizei und Militär auch. Lass dir was zu Schulden kommen, dann wirst du halt promoviert. Gut, mal eben schauen, wie weit geht denn dieser Absatz noch, ein bisschen zu lange, um die Stunde voll zu kriegen, Michael, wollen wir hier mal aufhören und dann lasse ich dich jetzt ans Wort, dass du uns eben einen Schlusskommentar geben kannst. Ist das in Ordnung für dich? Ja, dann ich mache mal einen Schlusskommentar. Genau. Ich habe hier eine ganze Seite mitgeschrieben während deiner Lesung und bin da jetzt zumindest zu meinem Schluss gekommen. Und zwar sehe ich halt einfach immer eine totale Opposition gegenüber Gottes Gebot. Und ich nehme mich da nicht mit aus. denke, jeder von uns hat schon mal irgendeine Verführung gehabt, die ja nicht widerstehen konnte. Zumindest werden wahrscheinlich die wenigsten da jetzt andere Erfahrungen haben. Aber das Thema, was ich jetzt hätte, ist, dass ich da halt einfach immer den Unterschied sehe, zwischen Gottes Liebe und zwischen dem Trieb, zwischen der Triebhaftigkeit. Und zwar insofern, indem ich jetzt mal ein ganz kurzes Negativbeispiel nehme, von einem angeblich Erleuchteten, der sich Bhagwan schimpfte und der eigentlich ganz anders hieß und der jetzt 93 Volt, also andersrum, der von seinen Anhängern verlangte totale Gehorsamkeit, Leben nach seinen Regeln, abgeschlossen von der Welt, keine materiellen Bedürfnisse, etc., etc., der dann aber hunderte Damen um sich herum schachte und zu dem er einen ganz anderen Lebensstil pflegte, drück's mal so aus. Und dieser Mensch hatte nachweislich wohl, wenn ich den Quellen glaube, 93 Rolls-Royce führte also alles andere als ein spirituelles Leben, sondern ein ganz materialistisches, materielles Leben. Und wenn ich dann halt einfach den Unterschied sehe zwischen dem, was gepredigt wird und dem, was dann tatsächlich dann gelebt wird, da kann einem ja dann nur schlecht sein. Wasser Predigen und Weinsaufen Michael, wenn ich dich da mal eben spreche. Genau, ganz genau, ganz genau, ganz genau, da würde ich drauf hinaus, genau. Und das ist ja der Unterschied irgendwo zwischen dem wahren Christentum und zwischen vielen anderen Religionen. Wenn ich im wahren Christentum, da habe ich einen Monotheismus, da glaube ich an einen wahren Schöpfergott. Und da gibt es einen Begriff, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt biblisch ist, zumindest ist er wohl griechisch und heißt Agape. Agape beschreibt wohl nach meinem Verständnis die allumfassende Liebe, all, weltall, also alles umfassende Liebe zu Gott, dass man halt nicht Schöpfung anbetet, sondern den Schöpfer anbetet. Und das ist diese Sache, dass man dann auch ja, auch die Frau als Mensch wahrnimmt, als Geschöpf Gottes wahrnimmt. Und dieses Agape steht im krassen Gegensatz zu der Triebhaftigkeit, die in dieser materiellen Welt gelebt wird. Und im Gegensatz zum Politheismus, wo also dann mehrere Götter herrschen oder wo ein Gott herrscht, der sagt, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, bis hin zu alles zerkrauteln, der sagte, tu, was du willst, das ist das ganze Gesetz. Und wenn ich dann sehe, dass in vielen anderen Religionen oder Weltreligionen, wie beispielsweise im Islam mehr Ehe erlaubt ist, also dann Polygamie vorherrscht und eben nicht biblisch, wie in der Bibel, im ganz krassen konträren Gegensatz dazu, Gott gesagt hat, in der Genesis, im ersten Buch Mose, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen. Er spricht nicht davon, ich will ihm einen Club geben, er sagt nicht, er kann ruhig Frauen nehmen, so viel er will, er hat ja gesagt, ich will ihm eine Gehilfin machen. Und da ist für mich der Riesenspagat oder der Riesengegensatz zu den fast allen anderen Religionen, die halt da auf Meerehe und Sodomie und allem da und alles ist erlaubt dann halt setzen. Und das ist für mich halt einfach ein totaler Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche beispielsweise auch, die dann halt auch nicht biblisch vorgeht, die halt eben die Frau da auch in einem ganz anderen Kontext sieht. Und wenn man sich die römische Geschichte anschaut mit ihren Festen, mit ihren Saturnalien, die sie da feiern, da gibt es einen ganz berüchtigten Film, der heißt Caligula zum Beispiel von dem Kaiser, der Tiberius nahe folgt und im Alter zwischen Anno Domini 37 bis 41 gelebt hat, welche Ausschweifungen da in Rom beispielsweise unter deren damals vorherrschenden heidnischen Religionen ausgeübt worden sind, dann steht das für mich im absoluten krassen Gegensatz zu der biblischen Paradieslehre, wo halt der Schöpfergott Adam eine einzige Gehilfin gemacht hat. Und das wäre jetzt so mein Schlusswort, dass wir halt einfach unserem Schöpfergott ist und dass wir halt diese Frau, so schön sie auch ist, immer noch als Geschöpf Gottes wahrnehmen und nicht nur als irgendwelche fleischische Lust oder Lustobjekt, genau, sondern ich sehe halt auch eine Frau, mit der ich da zusammen bin oder die ich mag, ich sehe sie halt einfach immer als Geschöpf Gottes und versuche da halt einfach auch mit ihr spirituell irgendwo auf eine Ebene zu kommen oder klar zu kommen. Und das ist für mich der große Unterschied, wenn ich halt sehe, dass ein Bhagwan oder im Islam oder im Hinduismus oder die Mormonen beispielsweise dahin gehen können und mehrere Frauen haben können, das ist so meiner Meinung nach nicht biblisch und ich habe immer in der Hinsicht immer wirklich nur eine Frau geliebt und haben wollen und ganz toll gefunden und ich denke halt einfach, das geht aus der Schöpfungsgeschichte hervor, er hat uns eine Gehilfin gegeben. Und das ist für mich Liebe, wo ich sage, so, diesen Menschen nehme ich an und mit diesem Menschen möchte ich zusammen sein und für diesen Menschen möchte ich da sein und da teile ich auch nicht und da erfülle ich halt einfach Gottes Gebot. Tja, das war ein sehr schönes Schlusswort von dir. Ich möchte da ein paar kleine Dinge eben drauf anmerken. Du sagtest wie zum Beispiel Alastair Crowley, tu was du willst, das ist das ganze Gesetz, das ist aus seinem Buch des Gesetzes genommen. Es gibt da ein schönes Lied, den Titel, der fällt mir jetzt nicht ein, aber der steht auf dem Album von Genesis, gesungen von Phil Collins, We Can Dance und da geht es um diese TV, also Fernsehprediger. Jesus, he knows me heißt das. Ah ja, genau. Genau, danke. Jesus, he knows me. Wobei er in einem Stück singt, do as I say, don't do as I do. Tue wie ich sage, tue nicht wie ich handel. Und das ist das, was ich mit der heuchlerischen römisch-katholischen Kirche meinte, was wir vorhin auch schon mal angesprochen hatten, wo ich sagte von Wein predigen, Wasser predigen, aber Wein saufen, ja, oder Wein, oder wie auch immer, ich glaube, so geht ungefähr der deutsche Spruch, oder Wasser predigen und Sekt saufen, wie auch immer. Nach dem Motto, die römisch-katholische Kirche und natürlich damit auch die Jesuiten, die ja ein Teil davon sind, predigen das eine, aber tun inzwischen das andere. Ja, an ihren Werken sollst du sie erkennen. Und deswegen steht in der Bibel, dass Jesus Christus deutlich gesagt hat, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn man die Früchte kennt, Michael, und das ist das Problem der meisten, sie beschäftigen sich nicht mit den Werken, die diese Leute machen und von damit nicht mit den Früchten, die diese Werke hervorbringen. und wenn ich das nicht tue, dann kann ich das nicht erkennen. Ich meine, mich hat man als Kind immer gewarnt, diese Vogelbeeren, die sollst du nicht essen und diesen Goldregen da, sie sieht so wunderschön aus, wie diesen Baum, wunderbar, lieblich, verführerisch, die sollst du nicht essen, weil das Zeug ist giftig. Und genauso ist das mit der römisch-katholischen Kirche auch. Sie gibt sich nach außen hin als ein scheinendes Beispiel für Jesus Christus, aber nach innen hin ist sie ein Sack voller toter Knochen. Genau wie Jesus Christus auch gesagt hat. Von außen seid ihr schöne Leiber, Alabaster, was weiß ich wie, aber innen seid ihr gefüllt mit Totemannsknochen. Also so ist es zumindest im Englischen, ich kann es nicht die deutsche Übersetzung. Dieses heuchlerische Tun mit allem dem, was in unserem System heutzutage damit so verbunden ist. Und ja, nicht gegen dieses heuchlerische angehen, weil das ist ja nicht politisch korrekt. Ich finde, du hast ein sehr, sehr schönes Schlusswort getroffen. Ich fand nur diesen einen Satz von Phil Collins aus diesem Lied da Jesus He Knows Me fand ich nochmal sehr gut angebracht damit, weil das war ein Lied, das fand ich immer ganz, ganz toll, genau wie das Lied von Deepesh Mode Personal Jesus, was mit dem selben Thema umgeht. Natürlich sind das beides absolut vom Teufel kontrollierte Gruppen, aber es gibt ja auch hier und da doch mal ein paar Wörter, die Wahrheit sind. Nur das Problem ist, jeder, der das Lied kennt, der singt es gerne mit, aber verinnerlicht sich niemals, was der Text eigentlich bedeutet und was damit wirklich gemeint ist. Es ist ja schon witzig, wenn du jetzt Genesis nennst, als eine von Teufel kontrollierte Gruppe, wenn du dich an das Lied erinnerst, das ich persönlich ja gut finde, aber da heißt das bekannteste Lied von Phil Collins I can hear it calling in the air tonight, oh lord. Ja, das Lied kenne ich auch. Na gut, dann bringen wir das hier mal mit zum Abschluss. Ich denke, dass wir unseren Zuhörern und Zuschauern ein wenig, oder ich hoffe das zumindest, dass wir ihnen ein wenig nicht nur die Ohren, sondern auch die Augen geöffnet haben, über die heuchlerische Tätigkeit des Vatikan, der römisch-katholischen Kirche und natürlich das Tun der Jesuiten, ganz sicherlich in Bezug auf Sexualität, die im Grunde, wie der Auto hier auch irgendwo, aber dann halt nicht im richtigen Kontext meine Sachen schreibt, unschuldig ist, weil Sex an sich ist die schönste Sache der Welt, wenn sie betrieben wird auf die Art und Weise, wie Gott es, unser Schöpfer Gott es, ordiniert hat von Anfang an. Ja, ich hatte da eine Anmerkung zu, auch wenn die sehr persönlich ist, ich habe mal eine Frau gekannt, mit der war ich dann auch intim, und sie sagte zu mir, also wenn du mich anfasst, das ist ganz anders als alle Männer, die ich jemals in meinem Leben gehabt habe, und da habe ich sie nur angeguckt, habe gesagt, ja, das liebe. Ja, das ist, das ist schön. Ich habe da auch vor wenigen Jahren eine Erfahrung mitgemacht, aber die behalte ich jetzt mal hier für mich. Das war nicht in der Hinsicht, aber das war auch, das war auch, ja, bei mir ging das darum, das ging darum, dass ich dann halt bei der Frau in der allerkürzesten Zeit, nachdem wir uns dann gesehen hatten, um ihre Hand anhielt, weil ich nicht in die Sünde geleitet werden wollte, durch Sex mit ihr außerhalb der Ehe zu haben. Ich wollte mich ehelich zu ihr verpflichten. Naja, das hat sie leider ein wenig anders gesehen. Deswegen ist das dann im Endeffekt auch kaputt gegangen. Aber das ist eine andere Geschichte und... Da bist du auch nicht der Einzige, aber es ging ja einfach nur darum zu zeigen, der Unterschied zwischen reiner körperlicher Betätigung, also Trieb, Triebhaftigkeit ausleben, was ja in den ganzen polytheistischen Religionen dann auch völlig okay ist, zu eigentlich der Liebe zum Schöpfergott und das halt einfach der Schöpfergott halt einfach nur einige Hilfen gemacht hat, so, und dem Adam und das war halt Eva gewesen und so kann sich jeder eigentlich zu seine persönliche Eva dann suchen und die kann er dann ja dann auch lieben mit allen seinen Herzen. Ja, nur pass auf, wenn du jetzt sagst, da kann sich jeder seine eigene Eva suchen, dann verstehen die alle, jetzt kann ich sie alle erstmal ausprobieren und dann nehme ich mir die, die mir am besten gefällt und das ist eben genau das Problem, was wir heute in dieser Welt ja eben haben. Dieses Ausprobieren, verstehst du? Ja. Dieser Sex vor der Ehe und Ehe und Liebe hat mit Sex nichts zu tun, aber zu einer perfekten Ehe und zu einer perfekten Liebe gehört Sex. Guck mal, die Welt ist ja... Aber die Interpretation in dieser Welt ist da so verkehrt drin, weil wir ja von klein auf an auch in einem System groß werden, das uns ganz andere Werte vorstellt. Das ist das Ding, genau. Diese Werte, die wir jetzt hier versuchen, den Menschen klarzumachen am Schluss dieses Videos, ist ja etwas, was vielen vielleicht noch gar nicht bewusst gewesen ist, ob sie jetzt überhaupt Christ sind oder kein Christ sind. Ich glaube, viele Leute verstehen das Konzept überhaupt nicht, dass jeder Sex außerhalb der Ehe Unzucht ist und sie verstehen nicht, was jeder Sex außerhalb der Ehe ist. Nein, weil es ja jeder macht, in Anführungsstrichen. Jeder. Eben. Und ich war so geschockt, ich habe vor 15 Jahren bin ich über die Straße gelaufen abends und habe da ein Plakat gesehen, wo eine ganz bekannte regionale Zeitschrift ganz groß geschrieben hat, Seitensprungparty. Und ich war, ich war, ich kann mich doch jetzt nicht vertun, lese ich das wirklich, ist das wirklich so eine Seitensprungparty? Ja, also ich war, das ist 15 bis 20 Jahre her, ich war vorhin in Socken. Ja, und so sieht halt einfach die Verrohung aus und aufgrund von mangelnden moralischen Werten, aufgrund von mangelnden ja, ethischen Vorbildern da draußen, weil jeder darf ja alles tun, ist ja alles super. Ja, da haben wir letzten Endes dann irgendwo keine Leitkultur mehr und die Leitkultur ist für mich eigentlich die Bibel, das ist das gesprochene Wort Gottes. Ja, also dem gibt es jetzt nichts mehr hinzuzufügen, Michael. Ich glaube, hierbei sollten wir es belassen, das war ein sehr schönes Schlusswort von dir. Die Bibel ist das Leitwort, an das wir uns alle halten sollten. Jeder sollte neben dieser Lesung, die er hier verfolgt hat, seine eigenen Untersuchungen anstellen. Das habe ich immer benachdruckt und Michael tut das auch. Aber an der Basis jeder eigenen Untersuchung muss die Wahrheit stehen und die findet man nur in der Bibel. Also erst die Bibel und dann alles andere. Weil wenn ihr die Bibel versteht, gelesen habt, glaubt und wenn ihr die Bibel lebt, dann ist alles andere für euch auf einmal so deutlich wie heuchlerisch betrogen und verzogen und versündigt diese Welt ist, in der wir heute leben. Michael, ich danke für dein Kommen und deinen Beitrag zu dem Lesen heute. Auch, dass du für mich kurz eingesprungen bist, als die Natur einen starken Ruf ausgelöst hat und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen. Ich freue mich darauf, meine Zuschauer wiederzusehen oder wiederzuhören. Auch die Kommentare, die ich inzwischen auf diesen Videos bekomme, sind ja sehr positiv in der Hinsicht, dass diese Lesung gut angenommen wird. Auch wenn ich jetzt erst elf Videos hochgeladen habe. Wir sind heute in Nummer 32. Wie sich das entwickelt, werden wir noch sehen. Aber wie erstes Mal mit diesem Buch 3 in Band 1 fort. Danach kommt Band 2 mit Büchern 4, 5, 6 und 7 und dann vielleicht noch das neue Buch Mysterien im Vatikan von Griesinger. Für heute danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, euch noch einen schönen, gesegneten Sabbat oder anderen Tag, an dem ihr das auch immer schaut. Dir auch Michael, bis zum nächsten Mal. Maranatha. 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 Maranatha.